Hallo und willkommen zurück, liebe Zuschauer bei unserem kleinen Planet Coaster Let's Play. Ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge, da das ja doch schon ein bisschen her ist. Und zwar hatten wir in der letzten Folge ja hier diese kleine wunderschöne Achterbahn gebaut, sprich unsere erste Achterbahn im Park und das sollte halt der Grundstein für unseren neuen Burgthemenbereich werden. Allerdings haben wir jetzt ein kleines Problem und zwar, ja, unser Finanzberater des Parks kam dann doch auf mich zu, dass wir dann doch ein bisschen zu viel Geld ausgegeben haben in der letzten Folge mit unserer Achterbahn und ja, es da halt leider Gottes im Moment keine Erweiterung geben kann. Und stattdessen habe ich mir gedacht, ja, kümmern wir uns um etwas anderes. Und zwar soll es hier in diesem hinteren Teil des Parks jetzt etwas geben und zwar, ja, ein bisschen Thematisierung und da wollte ich halt ganz klassisch, wie das halt auch bei vielen, vielen anderen Freizeitparks so in den 70er Jahren der Fall gewesen ist, einen, ja, Märchenwald bauen, beziehungsweise halt so etwas in der Richtung hier halt anfangen. Und ja, damit habe ich dann jetzt hier auch begonnen und das Ganze wird halt ja, wie gesagt, so klassischer Märchenwald-Stil und halt auch in der Art und Weise versuche ich jetzt hier so ein paar Häuschen zu bauen und das Ganze hier für mich, beziehungsweise für uns und auch für unsere Parkbesucher zu entwickeln. Ja, wie gesagt, also finanziell geht es unserem Park natürlich am Anfang noch nicht ganz so gut und dementsprechend, ja, muss man dann halt auch hier und da mit ein paar kleinen Abstrichen rechnen und das Ganze dann halt auch ein bisschen, ja, sich anpassen, den aktuellen Gegebenheiten. Es läuft halt nicht immer alles so, wie man das gerne hätte in der freien Marktwirtschaft und auch nicht immer so, wie, ja, wie der Plan auf dem Papier das vorsieht und deswegen, ja, wird das Ganze hier halt ein wenig jetzt in diese Richtung entwickelt. Aber jetzt habe ich mir auch schon so ein paar Ideen und Gedanken gemacht, dazu komme ich aber gleich später noch. Zunächst mal baue ich jetzt hier halt das erste Häuschen und das Ganze halt in der klassischen, ja, ich sage jetzt mal, Fachwerk-Lehmhütten-Optik mit Reetdach und, ja, halt so, wie man sich das vorstellt und wie das auch in diversen anderen Parks bekannt sein dürfte, ob das jetzt im Efteling ist oder ich denke da jetzt auch zum Beispiel an den Freizeitpark Plon, da sieht das ja auch relativ ähnlich aus so ein bisschen und, ja, halt in der Richtung möchte ich das Ganze hier so etwas entwickeln. Ich will da jetzt auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber zumindest halt ein paar kleine Häuschen an der Stelle bauen und das Ganze halt hier ein bisschen nett aussehen lassen. Aber an der Stelle, während ich hier baue, vielleicht noch ein paar andere kleine Worte. Ich habe das ja auch schon beim letzten Mal so gehandhabt, da hier ja eh hauptsächlich die, ja, ich sage jetzt mal, die Leute zugucken, die auch grundsätzlich fast alle Videos von meinem Kanal sehen, wollte ich hier die Gelegenheit nutzen, auch noch ein bisschen was anderes zu sagen. Und zwar, ja, im Moment bin ich so ein bisschen, ja, ich sage jetzt nicht out of order, aber so ein bisschen YouTube gefrustet, ehrlich gesagt und im Moment nicht ganz so in der Laune hier viel zu machen, was Videos angeht und so weiter. Aber, ja, warum, weshalb, wieso, dazu sage ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es sind halt manchmal so Phasen, wo man nicht ganz so viel Lust auf bestimmte Dinge hat. Aber das halt nur so am Rande und für den einen oder anderen, der sich vielleicht wundert, warum jetzt hier auf einmal wieder so ein Let's Play kommt, das liegt halt einfach schlicht und erreifend daran, dass ich halt, ja, auch mal wieder Bock hatte, ein bisschen was zu zocken und dementsprechend nicht andere Videos machen wollte, sondern halt einfach hier auch so ein bisschen was zu daddeln und, ja, halt, so was dann auch dabei rumkommt und deswegen gibt es halt jetzt auch mal so ein Video. Aber natürlich gibt es auch in der Zukunft noch viele, viele andere Videos zu den Themen, die halt eher auf dem Kanal hier angesagt sind, aber, ja, dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Und ihr habt ja jetzt auch zum Beispiel mit dem Freizeitparkcheck vom Blackpool Pleasure Beach auch ordentlich Material wieder dazu bekommen. Also ich denke, das dürfte auch ein bisschen darüber hinweg trösten, dass jetzt hier so etwas kommt. Aber, ja, wieder zurück zu unserem kleinen Märchendorf und zu dem, was ich hier halt vorhabe. Wie gesagt, ich baue jetzt hier so ein paar kleine Häuschen und ich hatte mir auch noch etwas anderes überlegt und zwar, ja, zum einen wollte ich hier jetzt gerade in diesem Moment aktuell einen Balkon bauen, ja, aber da fehlen mir so ein bisschen die Skills und das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, deswegen habe ich das auch wieder verworfen. Genau wie den kleinen schnuckligen Platz, wo der Brunnen jetzt steht, den ich eben bauen wollte, aber das habe ich dann auch wieder verworfen, weil mir das irgendwie nicht ganz so gut gefallen hat und da muss ich noch so ein bisschen experimentieren, auch mit Weg bauen und Wegdesign und so weiter, wie ich das halt vernünftig machen kann. Stattdessen aber zu was anderem. Und zwar, ja, ich habe es eben erwähnt, ich möchte das Ganze hier so als Märchendorf machen und da hatte ich mir halt auch überlegt, ja, wie das halt so zum Beispiel früher im Phantasialand oder auch in anderen Parks gewesen ist, dass man halt so diese klassischen Häuschen baut, wo dann auch Geschichten erzählt werden, sprich so ein bisschen mit Animatronics und, ja, halt kleinen Puppenfiguren oder sonst was nicht, halt auch dementsprechend Geschichten bei rumkommen. Und genau dafür soll dieses Gebäude, was ich hier gerade am bauen bin, auch stellvertretend jetzt erstmal stehen beziehungsweise, ja, so eine Art Grundstock dafür sein, denn ich möchte halt an der Stelle wirklich so, ja, halt so etwas entwickeln und vielleicht auch mit euren Ideen dazu, wie man das machen könnte, vielleicht auch Vorschläge von euch, denn wir haben ja hier in diesem Gebäude auch so ein bisschen Platz an der rechten Seite gelassen, um das Ganze dann halt auch wirklich dementsprechend da vielleicht mit Animatronics zu versehen und da halt auch ein bisschen was so Geschichten zu erzählen, sei es jetzt Dornröschen, Rapunzel oder whatever, halt irgendwie sowas in der Richtung. Aber, ja, dazu wollte ich auch so ein bisschen eure Ideen und Vorschläge mal abwarten, deswegen habe ich das Ganze jetzt erstmal so offen gelassen und auch nur stellvertretend eben dieses eine Gebäude gebaut und, ja, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare Vorschläge, Ideen oder irgendwas in der Richtung, auch wie man das halt auch wirklich dann bei Planet Coaster verwirklichen kann und, ja, halt gerne eure Meinungen und Vorschläge, ich würde mich jedenfalls drüber freuen. Und, ja, bis dahin, ja, habe ich jetzt hier erstmal dieses Gebäude gebaut, ja, auch jetzt relativ schlicht und einfach halt damit das Dorf überhaupt mal eine Art Dorf wird und dass hier halt ein paar Gebäude mehr sind und vielleicht auch der hintere Teil dieses Parks hier ein bisschen belebter wird, auch wenn natürlich Thematisierung alleine keine Leute in den Park zieht, da müssen Attraktionen her, das hatte der ein oder andere von euch ja auch schon erwähnt und gesagt. Und, ja, das wird auch definitiv irgendwie bald folgen, dass wir halt noch ein paar Attraktionen mehr haben. Aber an der Stelle muss ich jetzt einen kleinen Cut machen, denn es gibt etwas anderes, was ich euch noch sagen muss, aber dazu möchte ich halt erstmal live in den Park gehen und, ja, da melde ich mich dann gleich live aus dem Park zurück. Und damit willkommen hier live aus unserem wunderschönen Märchendorf. Ich sollte vielleicht mal auf Play drücken, da passiert auch ein bisschen was mehr im Bild. Ja, also, ihr habt es ja eben gesehen, ich habe dann hier dieses kleine Märchendorf in Anführungsstrichen mit dreieinhalb Häusern gebaut, weil, ja, das hier vorne kann man ja noch nicht wirklich als... Moment, das da war's. Das kann man ja nicht wirklich als Häuschen zählen. Aber, wie gesagt, ich bin da mal ein bisschen auf eure Ideen gespannt und vielleicht kommt da ja auch was von euch. Und, ja, das soll es halt hier von dem Teil gewesen sein. Aber es gibt noch einen anderen Teil und zwar, man sieht ihn jetzt gleich hier im Hintergrund, und ganz, ganz, ja, ganz, ganz dezent im Hintergrund, und zwar unsere Achterbahn. Und dazu muss ich etwas sagen. Shame over me. Ja, ich habe da ein bisschen dran gebastelt und verändert, aber leider die Aufnahme, ja, habe ich versemmelt. Hey, sorry dafür. Und deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen live aus dem Park ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, ja, wir hatten ja hier unsere wunderschöne kleine Achterbahn beim letzten Mal gebaut, beziehungsweise ich hatte die beim letzten Mal gebaut. Und, ja, ich habe sie dann nochmal etwas verändert, weil mir die Streckenführung selber auch nicht so gut gefallen hatte. Der eine oder andere hat das ja auch schon gesagt in Kommentaren, dass das nicht ganz so tolle war. Und, ja, ich gebe zu, die war nicht ganz so toll. Und ich habe sie jetzt zumindest ein bisschen verändert. Zusätzlich, ihr seht es auch hier schon links anhand der zusätzlichen Burgmauern, habe ich da auch ein wenig was verändert, was Thematisierung angeht. Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich ja nicht so viel auf Thematisierung raus, jetzt hier noch im Anfangsstadium unseres kleinen Parks. Aber, ja, es hat mich dann doch gepackt und ich konnte nicht anders. Und, ja, ich habe mich da einfach verleiten lassen. Dementsprechend würde ich vorschlagen, gehen wir doch auch einfach mal hier lang und schauen uns das mal an, was ich hier gemacht habe. Zum Anfang gibt es hier halt einmal eine Queue-Line. Jetzt noch nicht sonderlich spektakulär. Also, da habe ich mich wirklich dezent zurückgehalten, was das angeht. Na, ach, ich komme noch nicht so ganz mit dieser blöden Kamera klar. Beziehungsweise, ich sollte vielleicht mal meine Maus etwas vorsichtiger einstellen. Na, das ist zu vorsichtig. Etwas sensibler einstellen, dann geht das hier auch leichter von der Hand. Ja, und dann kommt man hier halt heraus wieder. Ne, das war zu sensibel. Ja, sorry, Leute. Ich klicke mich hier gerade ein bisschen wund und blöd. Und, äh, ich mache es einfacher. Mach es mal so. Und dann kommt man hier in einen, ja, kleinen Schlossgarten hinein. Einen Barockgarten habe ich hier versucht nachzubasteln. Und, ja, geometrische Formen, diese Hecken, so wie man das halt auch aus diversen anderen Schlössern und Bogen kennt. Das habe ich halt versucht nachzubauen. Das ist natürlich noch nicht ganz fertig und das muss auch noch erweitert werden, noch ein bisschen grüner gemacht werden. Aber so für den Anfang. Und dann seht ihr hier hinten etwas, wo sich der eine oder andere fragt, what the fuck, was ist das denn? Ja, das ist so eine kleine Steingrotte. Und, ja, auch sowas gibt es in diversen Schlössern weltweit. Wo war das zum Beispiel, so ein bekanntes Beispiel in Deutschland, ähm, wie heißt, war das Neuschwanstein oder Hohenschwan? Ne, ja, Hohenschwangau oder Neuschwanstein. Ne, Hohenschwangau war das, glaube ich. Auf jeden Fall. Da gibt es zum Beispiel hier so etwas. Da gibt es nämlich auch so, ähm, ja, Grotten, ähm, Felsgrotten, Steingrotten und so weiter. Also das gibt es auch wirklich in Realität. Und sowas habe ich ja halt auch versucht mal so ein bisschen nachzubauen. Aber halt noch sehr vorsichtig das Ganze nachzubauen und dezent zu machen. Ähm, für die Leute, die es interessiert, wie das denn zum Beispiel mal im Dunkeln aussieht, kann ich auch gerne mal die Uhrzeit etwas umstellen. Gehen wir doch mal auf, äh, ja. Ja, die Uhrzeit, sprich, wir haben hier auch ein bisschen Beleuchtung. Ich habe hier, ähm, diese kleinen hübschen Dinger, ja, das sind eigentlich Schornsteine, aber die habe ich mal zu, ähm, Lampen umfunktioniert. Ich finde das ganz hübsch und ganz nice. Und ja, also auch im Dunkeln dezent beleuchtet und ganz okay, wie ich finde. Ja, aber das ist nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich noch etwas anderes gemacht. Und das betrifft halt die Achterbahnfahrt selber. Wie gesagt, zum einen habe ich die Fahrt umgebaut, aber ich habe mich da auch verleiten lassen, ein wenig zu thematisieren. Ähm, ganz kurz zur Story. Wir haben ja hier unsere kleine Drachenachterbahn. Und dementsprechend wollte ich halt hier so etwas machen, was auch zum Thema Drache passt. Und da habe ich mich hier für eine, ja, so eine Steinlandschaft entschieden. So ein bisschen, äh, ja, Stein-Vulkan-Landschaft. Später vielleicht auch noch mit Drachen, die hier eingebaut werden. Vielleicht auch noch mit einem kleinen Vulkan oder was auch immer. Sprich, ich habe hier schon so ein paar Ideen, wie man das Ganze hier noch etwas weiter ausbauen könnte. Aber ich denke, für die Storyline unseres Parks habe ich es hier eh schon übertrieben. Deswegen habe ich mich dann irgendwann mal bremsen müssen und an dem Punkt jetzt hier auch dann Schluss gemacht und aufgehört. Ja, und da der Zug jetzt vorbeikommt, können wir uns auch gerne mal ein Off-Ride von dem Part hier angucken. Und danach würde ich vorschlagen, machen wir dann auch mal ein kleines On-Ride von eben in der Stelle hier. Und ja, das ist halt das gewesen, was ich bisher noch so ein bisschen gemacht habe. Bevor wir dann, ähm, hoffentlich auch wieder mit Aufnahmen dann auch ein bisschen weitermachen. Und uns, ja, hier halt unseren Burgbereich weiter erschließen werden. Und ja, in dem Sinne machen wir doch einfach jetzt mal, wenn die Bahn jetzt schon in der Station ist, dann auch mal ein kleines On-Ride mit. Los geht's! Ja, junge Frau, alle Bahn an Bord, es kann losgehen. Und ab geht die mehr oder weniger wilde Fahrt. Ja, und aus dem Drachenbereich geht's dann wieder zurück durch so ein kleines Wäldchen über die Mauer, über die Schutzmauer unserer kleinen Burg, zurück in den Garten, durch die Grotte. Und dann sind wir auch wieder in der Station angekommen. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich soweit ganz gut. Man sieht's hier auch an den Werten. Spaßfaktor ist ganz okay für so eine Kinderachterbahn, denke ich. Nervenkitzel hält sich zwar in Grenzen, aber auch ganz okay. Und auch von den eigentlichen Werten hier, Länge 440 Meter, Geschwindigkeit 62, Durchschnittsgeschwindigkeit 34 und so weiter. Denke ich, alles absolut im Rahmen, alles absolut okay. Und ja, mir gefällt das so jetzt ganz gut. Und ja, ich hab's vielleicht so ein bisschen von der Storyline übertrieben. Aber ja, sorry dafür, ich konnte mich erstens nicht bremsen und zweitens halt auch sorry, dass die Aufnahme verkackt hat. Aber ja, das soll's jetzt von der Stelle gewesen sein. Demnächst machen wir halt dann wirklich weiter mit der Erschließung unseres kleinen Bereichs. Dafür hab ich auch hier schon einen ersten kleinen Platz gebaut. Und ja, da hab ich auch schon diverse Ideen, wie man hier weitermachen könnte. Und vielleicht schreibt ihr mir auch gerne nochmal eure Vorschläge, Ideen, Meinungen. Also zum einen natürlich, was hier hinten unser Märchendorf betrifft, was man hier halt szeneriemäßig noch ändern kann. Und welche Märchen man hier vielleicht noch einbauen könnte. Und natürlich auch, was dann im späteren Verlauf hier diesen Part angeht mit Burgthematisierung. Und das soll's jetzt wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch mit meinen Standardworten. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube und sage Tschüss, bis zum nächsten Video bei ME Pictures Freizeitpark TV.